so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mechhilfe wir befinden uns hier auf dem wunderschönen gno desktop von debian 12 genau debian 12 ist die version die vor wenigen tagen erschienen ist genauer gesagt vorgestern oder gestern je nachdem ich muss gucken ob ich das installationsvideo was ich euch hier oben verlinke ob ich das im gleichen tag mit hochlade also zwei videos ausnahmsweise an einem tag und ob ich das ganze stücke ich muss gucken auf jeden fall geht es heute so ein bisschen um die grundlagen wieder er kennt die geschichte ja schon ein bisschen wenn euch dazu noch was besseres einfällt oder ihr es kürzer wollt oder lieber kapitelweise respektive dass ich einzelvideos mache schreibt es mir in die kommentare ich bin wie gesagt um feedbacks sehr dankbar und freue mich immer über kommentare egal ob positiv oder negativ und deswegen haut in die kommentare was ich verbessern kann und wo ihr sagt hey linux das wird es noch besser geben fangen wir mal mit dem grundlagen an und zwar haben wir hier den willkommen den erst einrichtungsassistenten und da können wir hier schon entsprechend auswählen deutsch das ist richtig wir haben hier eine vorschau von der jeweiligen tastatur das coole ist wenn nomlock aktiviert ist oder auch caps lockt dann sehen wir das finde ich ziemlich das finde ich cool das ist das ist eine sache die ist mir ehrlich gesagt so doch gerade aufgefallen dass das so das ist cool das ist wirklich das ist eine richtig richtig coole sache auf jeden fall das ist korrekt wir klicken wir auf weiter dann ortungsdienste tue ich jetzt hier mal deaktivieren klick auf weiter wir könnten uns jetzt natürlich mit einigen online services verbinden zum beispiel mit google microsoft oder hier mit nextcloud wenn wir ein nextcloud konto haben ich habe aber alles nicht beziehungsweise will es hier nicht angeben klick auf überspringen debian starten und so sieht der startbildschirm von debian aus sehr nüchtern sehr schlicht und ich würde sagen wir fangen mal mit den grundlegendsten sachen an und zwar wo finden wir die einstellungen nun wir können natürlich hier rumklicken wir wollen mit der linken maustaste wir da passiert nichts ihr müsst auf aktivitäten klicken dann noch ein kurzer tipp mein lieber typ aus mörs oder so ein typ aus mörs heißt er glaube ich du musst mal auf aktivitäten klicken und dann hast du hier dein gnome menü er hat ein open source video nämlich mal gemacht worden ich wusste wie wo was einfach zu info schau dir das video hier am besten an und dann wird dir hoffentlich geholfen weil jede desktop variante ist natürlich ein bisschen anders und wenn man sich da nicht so rein fuchst richtig dann ja auf jeden fall wir klicken auf aktivitäten dann haben wir hier einen eine kleine ausweischen an software eben ich nenne es mal im mini doc dann haben wir hier unten den die anwendungen anzeigen und dann haben wir hier die einstellungen machen doppelklick oder na ich mache das ganze mal so klein so dann haben wir hier zum einen natürlich die tastenkombination oder eben auch hier entsprechend die hilfe wenn wir hier das ist so ein bisschen wie das bei microsoft die windows hilfe da haben wir den netzwerk verbunden das ist soweit richtig vpn ist keiner wir könnten hier natürlich noch ein vpn wenn wir wollen hinzufügen oder sogar ein netzwerk proxy dann bluetooth können wir an machen oder auch nicht ich habe ja kein bluetooth deswegen können wir hier auch nichts an machen dann können wir hier das erscheinungsbild natürlich ändern und zwar vom hell auf wie wir hier sehen dunkel da wird nämlich auch das hintergrund ein bisschen dunkler ich bleibe aber tatsächlich na ich lasse beim dunklen sieht doch ganz gut aus und hier haben wir nur die verschiedenen hintergründe das sieht doch richtig richtig stark aus ich glaube das lasse ich hier zum beispiel wir haben die benachrichtigungen natürlich wir haben auch einen sogenannten nicht stören modus wenn wir keine benachrichtigung zum beispiel wollen wir haben die suche wo wir auch orte durchsuchen können hier den download order natürlich noch hinzufügen kann aber auch entsprechend andere orte hinzufügen wenn ich das denn gerne möchte multitasking kann ich ja auch entsprechend sehliche einstellen hier mit diesen ecken das kennt man ja von windows 8 oder ab windows 7 war das glaube ich schon so dass das ging und da können wir hier verschiedene sachen einstellen seht ihr hier richtig cool dann haben wir die anwendungen dazu komme ich aber gleich datenschutz so dann haben wir hier natürlich den punkt audio da können wir zum einen den systemklang einstellen oder auch hier die lautstärke entsprechend wir können auch sehlich über mikrofon wird tatsächlich sogar erkannt ziemlich cool da können wir auch die lautstärke entsprechend einstellen vom mikro oder eben hier entsprechend ein warnturm dann unter dem punkt energie können wir sagen wie soll das system sein sollen wir im energiesparmodus sein reduzierte leistung und niedriger energieverbrauch wenn wir jetzt zum beispiel ein notebook haben was auf akku läuft oder sollen wir hier ausgeglichen normale leistung und normaler energieverbrauch fernab kann ich genauso gut auch hier sagen bildschirm ausschalten nach wie viel ich sage jetzt mal nie und automatisch in bereitschaft gehen wenn in aktiv verzögerung 20 minuten das ist okay dann beim punkt bildschirm kann ich zum beispiel sagen hey wie will ich skalieren 200 prozent mal gucken ob er das macht jawoll das macht er richtig gut ich mache die skalierung wieder raus doch ein bisschen zu groß dann kann ich hier die herzzahl einstellen 60 hertz als beispiel jetzt hier in dem fall und natürlich die auflösung genauso wie die ausrichtung quer oder hochformat was ich auch einstellen kann ist der nachtmodus finde ich ziemlich cool kann ja auch entsprechend die farbtemperatur einstellen also je nachdem wie ich das denn gerne hätte ist halt für die augen auch sehr gut weil einfach der sogenannte blaue filter beziehungsweise blauanteil einfach deutlich weniger wird beziehungsweise komplett eliminiert wird wir haben maus und tastatur da können wir so sachen einstellen wie primäre tasten links rechts maus geschwindigkeit bin ich tatsächlich immer ein fan von full speed das sieht dann einfach auch ein bisschen wie soll ich das sagen das sieht ein bisschen schneller aus ein bisschen smoother da hat man das gefühl das system ist irgendwie schneller wie wenn meine maus richtig langsam ist nur zur info wir können im übrigen auch hier maus und tast und tastenfeld prüfen und zwar versuchen sie zu klicken doppelklick oder zum rollen wahrscheinlich zum scrollen eher doppelklick keine ahnung was da passieren soll irgendwie klappt das nicht oder ich bin zu blöd es zu verstehen klappt nicht dann auf den punkt tastatur können wir so sachen einstellen wie was für ein layout ich habe wie gesagt das deutsche layout hier weil ich in deutschen tastatur jetzt aktuelle vor mir habe sonst hätte ich jetzt zum beispiel ein schweizer layout könnte ich auch mir entsprechend ein schweizer layout den ich hier entsprechend hinzufügen da seht ihr französisch schweiz zum beispiel wir können aber auch sagen hey ich möchte jetzt hier da müsste aber mal selber so müssen gucken da haben mich hat es hier eine liste wo man wirklich aussuchen kann also das ist wirklich das sollte glaube ich für jeden was dabei sein einfach zur info dann beim punkt drucker aktuell ich entsperre das ganze mal denn hier rüber können wir nämlich auch drucker hinzufügen wenn ich auf drücke hinzufügen klicke ich bin mal gespannt ob er unseren drucker erkennt das ist ein hp office chat pro da bin ich tatsächlich jetzt mal gespannt ob er unseren drucker hier findet er findet hier zwar etwas aber das sieht mir jetzt nicht aus wie der drucker sondern irgendwie wie die oberfläche aber nicht wie der drucker na aktuell nicht wechselmedien auch sehr spannend ich will ein dvd video einlegen mit was soll er starten oder cd mit was soll er starten und bei software sage ich kann ich auch sagen es soll zum beispiel nichts tun oder es sollen ordner öffnen oder eben es soll das ganze mit der software öffnen gleiches kann ich aber auch bei anderen medien machen da kann ich zum beispiel sagen hey ich habe zum beispiel eine windows software das die hier sogar das ist cool und dann kann ich sagen nachfragen was geschehen soll und je nachdem wie ich das ganze hier einstelle quasi es wird mir jetzt hier zwar nicht angezeigt aber hier in der liste oder beim einlegen von datenträgern nie nachfragen da wird das ganze sich nämlich komplett ausgegraut dann kann ich hier noch die farben entsprechend einstellen wenn ich mein monitor kalibrieren möchte geht in dem fall jetzt hier nicht weil ich habe tatsächlich hier das ganze in der virtuellen maschine sonst könnte ich gegebenenfalls hier das ganze hier profil hinzufügen kalibrieren aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich da gut genug damit aus um euch da hilfestellung zu geben regionen und sprachen natürlich auch sehr sehr wichtig da können wir unsere sprache auswählen hier für unser konto kann natürlich noch gegebenenfalls eine neue sprache auswählen genauso wie die formate seht ihr hier deutschland kann aber auch zum beispiel sagen hey ich möchte zum beispiel weil mich das so interessiert schweiz tatsächlich findet er da überhaupt nichts aber gut deutschland ist drin ist doch schon mal auch was ja wie die barrierefreiheit so sachen wie hoher kontrast oder große schrift oder bildschirmleser ne 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 das ganze ist unterteilt in sehen und gehör genauso wie auch texteingabe oder zeigen und klicken dann haben wir den punkt benutzer zu dem wollte ich sowieso kommen und zwar dazu komme ich gleich vorgabe anwendung also mit welcher anwendung soll er was starten bzw nein nach welcher anwendung soll er für was benutzen datum und uhrzeit und natürlich hier die system info da sehen wir wie viel kapazität haben wir fenster manager wyland virtualisierung vmware hatte ich ja schon angezeigt software aktualisierung können wir hier zum beispiel drauf klicken und so weiter und so fort das waren jetzt mal so die einstellungen jetzt habt ihr aber auch gesehen wie kann ich benutzer hinzufügen will ich das überhaupt ja ich würde sagen immer wieder auf drücken wir die windows taste und gehen hier in die suchleiste und geben einfach nur e i n ein ein einstellungen dann scrollen wir hier ein bisschen nach unten wir können aber auch natürlich zeige ich euch auch noch benutzer benutzer dann sind wir hier unter dem reiter benutzer und dann benutzer hinzufügen entfernen klicken wir drauf dann müssen wir uns erstmal hier entsperren warum müssen wir uns entsperren damit nicht jeder heinz deinstel sage ich mal an unsere wurst rumfummelt beziehungsweise an unseren benutzer wir können hier verschiedene sachen machen es geht mir jetzt aber erstmal primär um ein benutzer hinzuzufügen mein verändern dazu komme ich später wir klicke hier unten auf benutzerkonto hinzufügen dann wähle ich einen namen aus in meinem fall linux benutzernamen ist linux systemverwalter will ich jetzt nicht dass er das macht und ich will ein password ich gucke mal ob ich ihm so ein leichtes password geben kann oder ob er dann sagt nein sehe ich hier 1 2 3 4 5 das geht nicht da sagt er das sei zu leicht dann nehmen wir ein anderes natürlich entsprechend damit er jetzt nicht sagt hey was soll das deswegen nehme ich jetzt einfach mal das passwort hier und anmelden in unternehmungsumgebungen da könnte ich jetzt hier zum beispiel auch sagen hier ich habe eine domäne so jetzt habe ich mich musste ich quasi auf abbrechen klicken weil ich hier nämlich nicht zurück konnte seht ihr hier der zurück button fehlt das ist naja ein kleines missgeschick sage ich mal meinerseits beziehungsweise vielleicht für ein zukünftiges update gar nicht mal so verkehrt dass man das jetzt hier im video auch sieht so klicken auf hinzufügen ich kann hier natürlich mich automatisch anmelden lassen ich kann hier eine kindersicherung aktivieren wenn ich das ganze will sehe ich hier entsperren da kann ich eben so sachen sagen wie internet browser einschränken da kann ich nämlich auch hier sagen hier entsprechend welche anwendungen und so weiter ich kann so sachen auch sagen wie installation von anwendungen einschränken zack und hier entsprechend wie nachdem welche alter stufe jetzt kann ich sowohl für mich selber als auch für linux machen ich gehe jetzt hier raus dann sprache natürlich deutsch zack schon ausgewählt alles dann kann ich hier natürlich noch auf das schlüssel symbol beziehungsweise auf den stift klicken und da ich ja eher so ein kleiner pc freak bin tue ich jetzt hier mal die tastatur beziehungsweise mathematik sache rein gar nicht mehr so schwierig wir schließen das ganze und ich melde mich jetzt mal kurz entsprechend an sagt benutzer wechseln dann seht ihr nämlich hier linux jetzt gebe ich das passwort mal absichtlich falsch ein damit ihr seht ok klappt nicht es muss also schon das richtige passwort her damit das ganze funktioniert und ihr seht tada ich bin drin so jetzt sage ich jetzt will ich aber hier mich abmelden der grund ist warum ich mich jetzt abmelde weil ich die benutzer löschen möchte und wenn ich mich da entsprechend nicht richtig abmelde kann es sein dass es zu fehlern kommt aber das habe ich ja schon mal gesagt deswegen entsperre ich dich hier wieder mal mein kleiner habe hier unten mein linux benutzer habe hier den punkt benutzerkonto löschen jetzt kann ich jetzt will ich sagen hey will ich die daten behalten oder nicht ich will sie löschen zack und ich bin benutzerkonto gelöscht jetzt tue ich hier meinen namen noch ändern weil tux passt ja so gar nicht zu mir ich will linux windows mac hilfe zack wunderbar das bildchen hier das passt soweit ganz gut ich kann aber auch natürlich entsprechend hier eine datei beziehungsweise ein bild hochladen also je nachdem was ich quasi möchte so jetzt haben wir quasi das auch abgehakt jetzt kommen wir mal zu dem punkt wie oder wo finde ich den task manager es kann ja immer wieder mal passieren dass ihr in der situation kommt wo die software sich aufgehangen hat da kommt natürlich in der regel habt ihr ja vorher auch gesehen ein beende mich bitte dialog kann aber trotzdem sein dass ihr naja doch mal hier oder dort doch die software quasi manuell beenden müsst und in dem fall hilft euch der task manager der heißt aber hier tatsächlich ein task manager nein sondern entweder system überwachen oder system monitor je nachdem was für ein system ihr habt wir gucken uns jetzt einfach mal das ganze an und zwar ich gehe hier in die suche wieder und gibt einfach mal s y und zwar genau hier system überwachen und zwar s y s system überwachen oder überwachung natürlich dann haben wir hier zum einen die prozesse die kann ich mir hier auch schön nach anzahl der prozent die das system benutzt anzeigen ich kann mir die ressourcen anzeigen und ich kann mir auch in das datei system anzeigen wie das wie stark des belegtes in meinem fall 5,1 gigabyte verfügbar 23,8 und es ist zu 17 prozent belegt zu 17 nicht 70 17 meinte ich 17 1 7 prozent und wenn ich jetzt ein task beenden will dann klicke ich hier auf die gnome shell zum beispiel kann hier prozess beenden anwählen oder rechtsklick und sagen ich möchte gerne entsprechend das ganze beenden oder abwürgen abwürgen ist quasi dann der letzte weg beenden sollte in der regel klappen wir können uns auch entsprechend die prozesseigenschaften anzeigen hier unten wenn ich hier drauf klicke da haben wir halt noch verschiedene einstellungen wie virtueller speicher wie viel bram braucht der aktuell und so weiter da können wir doch eine ganze menge informationen auch rauslesen wir können auch wenn wir sagen hey wir sehen im übrigen auch hier wie viel arbeitsspeicher ist es gerade in verwendung ich habe dem jetzt hier mal etwa 8 gigabyte gegeben sollte in der regel ausreichen 4 gigabyte würden auch noch ausreichen wobei das schon ein bisschen knapp wird ich würde immer auf 8 gigabyte wenn nicht sogar 16 gigabyte gehen wir sehen hier zum einen die auslagerung speicher aktuell 0 weil braucht er ja nicht also muss auch darauf gar nicht zugreifen und wir sehen jetzt hier entsprechend die cpu kerne und wenn ich jetzt hier mal auf den gelben klicke kann ich auch eine andere farbe wählen zum beispiel weiß auswählen und das ding ist weiß da das aber nicht so schön aussieht sage ich blau zack und das ding ist blau genau so kann ich auch entsprechend ich habe es mal ein bisschen größer gemacht für euch die netzwerkauslastung sehen also wie ist mein netzwerk aktuell belastet wie viel wird gesendet und wie viel wird empfangen da haben wir hier auch sogar insgesamt und gesendet das ist cool dass er sogar sagt hey wie viele pakete das ist eben das richtig coole an der sache man kann sieht auch wie viele pakete hat er quasi hier insgesamt schon verschickt und das finde ich richtig richtig cool dass er mir das anzeigt da habe ich nämlich auch genau überblick hey wie viel habe ich heute eigentlich noch ziemlich cool wir können aber auch hier auf die drei balken noch klicken dann haben wir zum beispiel nach geöffneten dateien suchen können wir auch oder wir gehen in die einstellungen und haben hier verschiedene sachen wie zum beispiel den status kann ich hinzufügen oder die befehlszeile oder 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 da wir aber auf ressourcen uns hier befinden haben wir hier auch den aktualisierungsintervall den ich hier entsprechend auch höher stellen kann dass ich sage okay ich möchte jetzt nur eine sekunde dann hier die diagrammpunkte kann ich ja auch auf 600 zum beispiel stellen das ist was für die ganz fügigen und freaky unter uns dann cpu diagramm als gestapelten flächendiagramm anzeigen geht natürlich auch ne das marker ist grad irgendwie nicht oder dauert einfach doch hier unten ist es seht ihr tue ich mal wieder ein bisschen schneller das ganze laufen lassen so dann speicherung und auslastung speicher in IEC anzeigen und so weiter und so fort also ich habe hier wirklich sehr sehr viele sachen und möglichkeiten teilsystem habe ich hier auch sachen also ich habe hier wirklich allerhand einstellungsmöglichkeiten das wäre doch ein bisschen zu schnell nehmen auf 50 so es stockt dann zwar ein bisschen aber ja mei so sieht es auf jeden Fall richtig gut aus dann schließen wir mal das ganze da haben wir mal den Punkt Task Manager abgehakt wo finden wir den habe ich euch ja auch gezeigt eben jetzt machen wir mal so einen kleinen Exkurs wie kann ich Software installieren es gibt zwei Varianten zum einen das Software Center unter Debian oder selbstverständlich natürlich die Synaptic Paketverwaltung wir schauen uns jetzt mal das Software Center an da gibt es nämlich etwas was ich euch noch dazu sagen möchte und zwar heißt es hier Software klicken wir drauf tada und es wird richtig angezeigt das hat es nämlich vorher nicht gemacht tatsächlich und zwar haben wir hier natürlich verschiedene Kategorien hier natürlich Arbeit, Erstellen, Sozial, Lernen und Programmieren und auch unsere Empfehlung ziemlich cool wie ich finde natürlich aber auch hier andere Kategorien wie Codex zum Beispiel oder natürlich wenn uns das auch jetzt interessiert hier die Eingabequellen oder 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 jetzt ist es natürlich so ich habe hier eine Suchleiste eine Suchlupe und kann entsprechend auch nach was suchen und zwar suche ich jetzt einfach mal Opera und wir sehen aktuell findet nichts weil Opera auch nicht Teil in diesem Standard-Dingen-Programm drin ist da vorwiegend Open Source Software drin ist in Debian und dann würde ich jetzt einfach mal sagen wir nehmen jetzt einfach mal hier die Netzwerk Diagnose und zwar seht ihr hier kann ich hier das Ganze ist eine unbekannte Quelle ich lasse das jetzt mal ich nehme jetzt mal was anderes tatsächlich und zwar schauen wir uns einfach mal an zum Beispiel den VLC der VLC Media Player hat er dann seht ihr hier Punkt Debt Datei natürlich wir haben hier verschiedene Washer Bildchen nenne ich das jetzt mal dann haben wir hier den Punkt welche Version oder was für eine Version haben wir und dann natürlich hier noch die Resonanzen Wir klicken auf Installieren wenn wir das entsprechende Paket installieren wollen legitimieren und das Root beziehungsweise Systemverwalter und jetzt kommen wir zu einem Punkt wo ich glaube sie auch noch ein bisschen die Geister scheiden Debian hat das grundlegende Ziel natürlich in erster Linie wollen sie eine Software anbieten oder wollen sie ein Betriebssystem anbieten das habe ich auch im Artikel so ein bisschen geschrieben das auf Stabilität ausgelegt ist es kann also deswegen auch dadurch auch passieren dass nicht immer die top aktuellste Software installiert ist kann man sich natürlich nachträglich nach installieren tatsächlich gar keine Frage aber es ist halt schon das Problem oder die Tendenz eher sogar dazu bei Debian dass man sagt hey wir installieren oder wir testen das ganze quasi bis zum geht nicht mehr und deswegen haben wir nicht immer die aktuelle Software weil könnt ihr ja selber vielleicht sogar runterladen oder installieren wir möchten ein stabiles System was auf so vielen Plattformen wie möglich läuft wie gesagt Link oben im verlinkten Artikel beziehungsweise im i dazu und entsprechend ist das so ein bisschen dann abhängig davon und auch zu machen jetzt will ich in VLC starten klar ich kann ja auf öffnen klicken ich mache es aber anders ich mache wieder meine Windows Taste klick auf alle Anwendungen zack VLC Media Player und der ist oben wunderbar jetzt will ich ihn aber wieder entfernen das machen wir jetzt allerdings doch auch über das Software Center ich zeige euch das nachher noch wir klicken hier auf installiert da sehen wir nämlich alle Programme die aktuell installiert sind scrollen wir ein bisschen weiter runter und haben hier ein VLC klicken auf Deinstallieren zack wieder unser Passwort angeben ich weiß das nervt natürlich sehr viele aber es dient einfach auch der Sicherheit zack und ist entfernt dann können wir das ganze schließen und jetzt zeige ich euch noch die zweite Variante dazu gehe ich wieder auf Start und gebe ich hier oben auch wieder S I S Y N und zwar haben wir hier die Synaptic Paketverwaltung auch hier müssen wir unser Passwort wieder eingeben das hat wirklich was mit der Sicherheit zu tun ähm sonst kann ja wirklich jeder da rumfuschen wie er will ja du mich auch so sieht die aus ich gehe jetzt mal kurz mal schauen Dunkelansicht spannend Nachtmodus gut auf jeden Fall können wir jetzt hier entsprechend verschiedene Software installieren oder auch Deinstallieren wir haben hier am rechts links meine ich natürlich ist schon ein bisschen spät die Kategorien und entsprechend je nachdem was ich will kann ich mich jetzt hier nach den Kategorien entsprechend rumhangeln kann aber auch hier sagen Status oder Ursprung oder 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 also ich habe da so viele Möglichkeiten und wenn ich was installieren will sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel was nehmen wir denn da als Beispiel machen wir mal Amateurfunk und zwar Trainingsprogramm für Morsecode schweiz so ein scheiz kälber ist er jetzt wieder wach wieso ist der scheiß kälb jetzt wieder wach Ich klicke hier einfach mal drauf, zum Installieren vormerken. Ich muss aber gar nicht mal zwangsläufig tatsächlich hier auf diesen Button. Ich kann auch einfach hier draufklicken und kann Rechtsklick machen, zum Installieren vormerken. Und das Gute ist, ich kann mehrere Programme gleichzeitig installieren. Also wenn ich jetzt so etwas anderes will, wie digitaler Signalaufbereiter zum Beispiel, dann mache ich hier Rechtsklick zum Installieren vormerken. Jetzt sagt er noch, dass eine andere Notwendigkeit mit installiert wird. Ich sage ja, ich sage anwenden, dann wird mir nochmal alles in Ruhe aufgelistet. Was ist jetzt wie, wo, was? Ich sage anwenden, zack. Das Ganze ist installiert. Schauen wir mal, ob das Ganze auch installiert ist. Tatsächlich. Und zwar heißt das Ganze tatsächlich Aldo. Schauen wir einfach mal, ob das da drin ist, was ich suche. Tatsächlich. Nee. Bildschirmfoto herunterladen. Schauen wir mal, ob. Ah, alles klar. Das ist natürlich hier, ne, Terminal und so. Ich dachte natürlich, es ist mit einer GUI. So, jetzt wollen wir es aber deinstallieren. Wieder bei der Rechtsklick zum vollständigen Entfernen vormerken. Und das hier ebenfalls zum vollständigen Entfernen vormerken anwenden. Zack. Kein Wunder, ging es installieren auch so schnell. Wenn es eine Grafik ist, wenn es eine Grafik ist, dann geht es in der Regel ein kleines bisschen länger. Kommt aber auch immer ehrlich gesagt darauf an, wie groß die Grafikdatei ist. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was für Software wird überhaupt mitgeliefert. Ich meine, es ist ja schön, wenn man ein Debian hat, aber was wird mitgeliefert? Das ist erstaunlicherweise gar nicht mal so überraschend vieles. Das ist eigentlich die Standardkost, die die meisten Leute eigentlich kennen. Wir gehen sie aber trotzdem mal ganz kurz durch. Ich gehe auf den Start. Zack. Wir haben sowas wie 2048. Das ist ein Spiel. Dann haben wir natürlich die Gnome-Hilfe. Genau. Dann haben wir sowas wie Kontakte. Dann haben wir Wetter. Dann haben wir Uhr. Dann haben wir Karten natürlich, selbstverständlich. Dann haben wir Solitaire. Das kennt man ja unter Windows. Ist jetzt hier in der Version 3.22.23 verfügbar. Hab grad gesehen, wurde gar nicht so oft aktualisiert. Muss es aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn es funktioniert. So, Eingabemethoden hier. Seht ihr hier. Dann haben wir noch so Sachen wie Videos. Das ist halt eben das Equivalent zu VLC Media Player. Wo wir hier auch lokale Video oder auch Internet Videos hinzufügen können. Ich habe das Ganze jetzt mal geschlossen. Was natürlich auch mitgeliefert wird. Und das finde ich ganz, ganz cool. Ist natürlich selbstverständlich ein Taschenrechner. Der sieht natürlich so aus. Informatik. Mit Hexadezimal und so. Zack. Also das ist halt wirklich cool. Was natürlich auch noch mitgeliefert wird. Sind natürlich so Sachen wie hier Erweiterungen. Kann man sich hier entsprechende Erweiterungen nämlich auch runterladen. Beziehungsweise einfach einschalten. Dann Dokumentenscanner. Einstellungen. Systemüberwachung. Fünf oder mehr. Terminal. Dann haben wir hier so sogenannte Hilfsprogramme. Das sind so Programme zum Beispiel wie die Festplattenbelegung. Und zwar gucke ich jetzt mal auf den persönlichen Ordner. Dann sehe ich hier aufgrund einer Grafik. Das gibt so ein ähnliches Programm unter Windows. Kostet aber relativ viel Geld. Und hier unter Linux ist es quasi kostenlos schon mit drin. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Weil ich sehe auch sofort was ist der größte oder die Sachen die rot sind verbrauchen auch am meisten. Und das ist eine coole Sache. Dass ich das so grafisch aufbereitet habe. Ich kann es aber auch hier als Facherdiagramme anzeigen lassen. Dann sieht das so aus. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen finde ich das mit dem Kreisdiagramm doch ein bisschen besser. Kann aber auch entsprechend hier in die gesamte Festplatte reinladen. Das dauert aber natürlich entsprechend. Ich will auch nur sagen es funktioniert. Was auch natürlich funktioniert bei diesem Hilfsprogramm sind so Sachen wie Optimierungen. Da haben wir hier zum Beispiel Erscheinungsbild oder Oberleiste oder Schriften die ich optimieren kann. Na zum Beispiel Schriftgrößen und so weiter. Oder Startprogramme kann ich hier auch zum Beispiel hinterlegen. Oder, oder, oder. Ihr seht also es ist doch richtig, richtig mächtig wenn man weiß wie es geht. Dann werden so Sachen auch mit installiert wie Kalender oder Cheese. Was ist Cheese eigentlich? Ein Webcam Programm. Wenn ich jetzt eine Webcam angeschlossen hätte, dann könnte ich hier zum Beispiel schöne Bilder machen. Oder auch sogar Fotos aufnehmen. Beziehungsweise Videos natürlich hier unten. Das geht alles wenn ich eins hätte. LibreOffice wird mitgeliefert natürlich nicht in der topfrischesten Version. Aber ich habe es ja auch erwähnt wie so. Kann man aber nachträglich natürlich sich die neueste auf unserer Homepage herunterladen. Ja und dann sind eigentlich noch so Sachen wie halt Mayong, Schach und Texteditor, Tonaufzeichner. So die üblichen Verdächtigen, die man kennt. Und von daher muss ich sagen, ist es wirklich eigentlich eine coole Sache, was Debian hier wirklich bietet. Und jetzt kommen wir auch mal zum Support. Debian hat hier einen Linux Kernel an Bord. Und der meines Wissens nach ein LTS Kernel hat, ist also für Langzeit Unterstützung, also für 5 Jahre ausgelegt ist. Das heißt also die Distribution hat 5 Jahre Support. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mit Updates und Kernel Patches und so. Und wir schauen einfach mal uns hier oben. Ich habe die Homepage mal aufgerufen, ja. Tatsächlich Wikipedia. Scrollen wir mal ein bisschen nach unten, ja. Und ihr seht über 64.000 Pakete. Das ist schon eine ganze Menge. Lasst euch davon aber bitte nicht beeindrucken. Viele Pakete gibt es doppelt und dreifach zum Teil von anderen Entwicklern. Und viele Pakete sind steinalt. Das einfach zur Info. Das ist dann echt wirklich keine Freude, die zu benutzen. Deswegen kann ich davon auch ehrlich gesagt nur abraten. Da die meisten von euch wahrscheinlich eh nur 5 oder maximal 10 Anwendungen haben, die sie regelmäßig benutzen. Von daher, ob ich da jetzt 100.000 Anwendungen brauche, ich glaube nicht. Aber das ist natürlich nur ganz meine persönliche Meinung. Wir sehen hier, Debian 12 hat natürlich auch einen Codenamen. Und der Codename heißt Bockwurm. Und der kommt nicht von irgendwo her, sondern der kommt tatsächlich aus dem, genau, Disney. Und zwar tatsächlich, jetzt wollte ich sagen, Toysars. Nein. Von Toy Story. Ja genau, die, die Findet Nemo auch gemacht haben, beziehungsweise ich meine, auch Findet Dory, glaube ich. Doch, gell. Und das ist eine richtig coole Sache. Die bedienen sich da halt an den Tiernamen. Dann kennt man ja Nanny, Weasel, Jesse, Stretch, Buster und so weiter. Und auch die Codenamen der Debian 13 und 14 ist auch schon bekannt gegeben worden. Auf jeden Fall eine coole Sache. Firefox wird natürlich hier als Browser auch mitgeliefert. Allerdings in der ESR-Variante. Der heißt also, dass er einfach nicht immer mit Updates quasi voll geknallt wird, wie die Hauptversion alle vier Wochen. Sondern ich meinte, jedes halbe Jahr oder Jahr wird es ein Update geben. Und dann wird alles zack aktualisiert. Sicherheits-Updates werden natürlich, glaube ich, öfters eingespielt. Aber jetzt so Programme, Funktions-Updates und so weiter, die kommen, glaube ich, alle halbe Jahr oder Jahr. Nagel mich darauf bitte nicht fest, aber. So, dann war es das hier fast. Ich habe einen Punkt tatsächlich schon fast wieder vergessen. Wie aktualisiere ich das System? Nun, wir gehen wieder hier auf Start. Zack, und geben hier mal Actu ein. Und haben hier natürlich zum einen die Synaptik, wo wir die Aktualisierung einspielen können. Software. Ich gehe aber hier auf Software und Updates. Und zwar kann ich hier auch entsprechend sagen, hey, ich will zum Beispiel unfreie Software, beziehungsweise unfreie Updates hier. Genauso wie kompilierte Software non-free. Hier kann ich sagen, wo will ich das Ganze herunterladen. Ich will das Ganze hier von deb.debian.org. Ich kann natürlich noch auf andere klicken und entsprechend mir hier einen aussuchen, je nachdem, wie ich das gerne hätte. Auf aller Software habe ich hier natürlich die CD. Die entferne ich allerdings, weil brauche ich nicht. Und ob da jetzt so viel mehr drauf ist, ich weiß es nicht. Früher bei debian war es so, es gab da tatsächlich noch die ein oder andere Software, die auch dabei war. Das waren aber mehrere DVDs, weil die ganze Software auf diese ganzen DVDs gepackt wurden. Ich habe bis jetzt aber nur eine DVD gefunden von debian 12. Dann haben wir hier die Authentifizierungsschlüssel und die Development-Sachen. Ich will das natürlich haben. Klicke auf schließen. Jetzt lädt er mir den ganzen Software-Cache rein. Dann gehe ich wieder hier rauf. Es sagt wieder aktu. Dann gehe ich auf die Synaptic-Paketverwaltung, weil da müsste er mir jetzt eigentlich anzeigen, hey, gibt es Updates oder nicht. Und zwar indem ich einfach auf den Punkt aller Aktualisierungen vormerken klicke, da er aber nichts gefunden hat. Wenn er was gefunden hätte, dann könnte ich hier auf Anwenden klicken und das Ganze wäre installiert. Manchmal kann es passieren, da gehe ich hier nochmal auf die Software, dass ich hier auf Aktualisierungen klicke und mir hier was angezeigt wird. Also müsst ihr wirklich da so ein bisschen schauen. Wir haben natürlich hier die Software-Quellen. Da war ich ja gerade vorher, seht ihr hier. Und was ich auch machen kann, die Aktualisierungseinstellungen, indem man hier die Updates automatisch installiert. Das ist für mich soweit in Ordnung. Jetzt könnt ihr die nämlich auch manuell an- oder abwählen, je nachdem was ich will. So, dann war es das von diesem etwas längeren Video zu Debian 12 Dogworm. Schreibt mir doch mal in den Kommentar, wie euch das gefallen hat. Wenn ihr was jetzt überhaupt noch zugeschaut habt. Es würde mich freuen. Ja, schaut das Video ruhig bis zum Ende. Teilt es euren Kollegen. Watchtime, 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 Leute. Ja, und ich freue mich einfach, wenn euch das Video gefallen hat. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. und bitte ruhig bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020